ein strahlend schöner tag wunderbare pv produktion und niemand zu hause der die ganzen geräte einschalten kann was kann man da tun willkommen beim heutigen webinar von fronius zum thema last management maximierung vom eigenverbrauch mit den digitalen ios ich bin anthony moises und ich darf sie heute durch dieses webinar begleiten unterstützt werde ich heute von meinen kollegen ans pelzer und er wird auch das chat betreuen wenn sie also zwischenzeitlich fragen haben während diesem webinar stellen sie sie bitte im chat wir werden sie beantworten zum ende des webinars kommen wir dann auch wieder zurück und werden hier live ein nachfragen beantworten genauer gesagt werden wir uns heute anschauen welche lassen es sinn macht zu schalten was wollen wir überhaupt erreichen was können wir erreichen zudem schauen wir uns die hardware an welche komponenten sind erforderlich wie schließen wir sie an und die können wir sie schalten natürlich auch die software welche parameter uns zur verfügung stellen und was wir hier uns aussuchen um auf die einzelnen lasten einzugehen das ganze begleitet von praxisnahen anwendungsbeispielen wann macht also die maximierung vom eigenverbrauch am meisten sinn dann wenn wir sehr hohe energiekosten haben dann wenn wir sehr niedrige einspeisevergütungen haben wollen wir natürlich so viel wie möglich von dem was uns zur verfügung steht an strom dass wir selber produzieren selber nutzen das gelingt uns besonders gut durch die sektoren kopplung also durch die elektrifizierung von den sektoren bis sonst durch andere energiequellen abgedeckt wären natürlich haben wir noch die normalen elektrischen verbraucher im haushalt wie die waschmaschine die wir alle kennen aber immer von größerer bedeutung wird auch die mobilität das laden von elektroautos oder von ebikes den größten brocken an energie verbrauchen wir normalerweise im haushalt oder im pv-system für die aufbereitung von wärme oder auch das klimatisieren von räumlichkeiten wenn wir diese also elektrifizieren und durch eine automatische schaltung regeln können können wir viel mehr zum bedarf selber abdecken hierzu dient uns dient uns ein lastprofil erst wenn wir ein lastprofil haben können wir wirklich wissen wie viel wir selber erreichen können welche lasten wir halten können und was wir damit erreichen hier in hellgrau hinterlegt sind sie eine schöne produktionskurve im dunkelgrau hingegen steht der verbrauch in diesem verbrauch habe ich in rot hervorgehoben eine große last die eingeschaltet wird in unserem fall eine klimaanlage die erst am abend eingeschaltet wird nachdem zu wenig stromüberschuss von der pv-anlage zur verfügung steht um diesen bedarf abzudecken hier wird also teurer strom aus dem netz bezogen damit wir das zu melden wollen wir natürlich diese einschaltperiode in die produktionsphase verschieben und das gelingt uns mit den digitalen ios müssen also ein last management erstellen und anhand von den produktionswerten von den überschusswerten unsere großen verbraucher steuern in einem dritten schritt kann man natürlich die sektoren kopplung erweitern und dann auf die speichermöglichkeiten eingehen in form von batterie oder warmwasser in einen pufferspeicher aber auf das kommen wir nur am rande zu kommen und zu sprechen was können wir also ansteuern welche verbraucher machen hier sind wir können einzelne kreise schalten das könnten einfach einfache verbräucher sein oder ein kreis wo ich zum beispiel kleinere akkuladegeräte habe besonders gut eignen sich in verbindung mit einer pv-anlage auch die einbindung von sg ready wärmepumpen sg ready wärmepumpen eignen sich deswegen weil ich bereits einen schönen eingang habe der direkt vom digitalen ios in die wärmepumpensteuerung eingeht und die wärmepumpe in einen erhöhten betrieb versetzt also betriebsstufe drei wo die wärmepumpe eine höhere temperatur erzeugt das merke ich nicht unbedingt zu dem zeitpunkt aber erst wenn ich nachher auf die stromrechnung schaue und sehe dass ich fast kein strom aus im netz beziehen haben müssen weil ich bereits unter tags während der produktionsphase diese energie erzeugt und im haus gespeichert habe weiter gibt es perioden wo wir besondere lasten mehr beanspruchen besonders damit die sonne scheint also in den sommermonaten an einem schönen sonnigen tag brauche ich eine bewässerungspumpe ich muss vielleicht mehr umwälzen beim wasser oder klassisches beispiel die poolpumpe diese eignen sich natürlich hervorragend in kombination mit diesen ios um produktionsabhängig geschaltet zu werden bereits erwähnt habe ich natürlich auch die klimaanlage bei der klimaanlage sieht die verbrauchskurve nahezu ident mit der produktionskurve einer pv-anlage aus natürlich die sonne scheint dann erzeugt das wärme und genau dann habe ich auch viel von meiner pv-anlage welche komponenten werden benötigt in einer pv-anlage haben wir höchstwahrscheinlich bereits unseren wechselrichter das ist eine ganz wichtige komponente denn dort befinden sich auch unsere ios zudem empfehlen wir in den meisten systemen auch den smart meter zu verbauen manche funktionen funktionieren auch ohne den smart meter aber für die meisten und zwar alle die leistungsüberschuss gesteuert werden brauchen wir natürlich diese informationen vom smart meter die zusätzlichen komponenten die wir brauchen sind kabel und relais auf die kommen wir dann gleich wieder zu sprechen zuerst einmal die digitalen ios sie müssen nichts zusätzlich erwerben für diese ios sie sind bereits ab werk serienmäßig integriert an der datenkarte von dem wechselrichter befindet sich diese orange stecker der auch extrem leicht eine einbindung ermöglicht dadurch dass er entfernbar ist lassen sich die lizen leicht verbinden und sie können den stecker wieder anstecken und sind hardware mäßig bereits verbunden zudem müssen sie nicht auswählen ob sie jetzt diese möglichkeit der kommunikation verwenden wollen und keine anderen natürlich können sie alle anderen offenen schnittstellen weiterhin verwenden die offenen ios bieten lediglich eine zusätzliche option an zum erwähnten relais wir reden hier von einer 12 volt steuerspannung was gilt bei den wechselrichtern und von news gen 24 plus serie wie auch für die snap inverter serie bei der snap inverter serie haben wir eine spulen leistung von 3,6 watt in summe pro digitalen ausgang brauche ich auch ein relais je mehr ich davon verwende umso mehr muss ich in dieser summe berücksichtigen und die gesamtsumme sollte unter 3,6 watt betragen bei der gen 24 plus serie haben wir diese leistung auf 6 watt erhöht sollten die 6 watt nicht ausreichen kann man sich auch mit einem zusätzlichen netzteil behelfen produkte wie die finder serie 19 eignen sich zum beispiel auch wenn man drei relais gleichzeitig verwenden möchte weitere informationen zu den relais finden sie auch im whitepaper zu diesem thema auf unserer homepage wo wollen wir diesen relais einbauen natürlich muss der eine direkte verbindung zum wechselrichter haben die 12 volt spannung geht natürlich vom wechselrichter auf unser relais zwischen dem relais und der last empfiehlt sich unter umständen auch ein zusätzlicher manueller schalter nehmen wir uns unser beispiel von der pool pumpe wieder her ich will nicht unbedingt am abend nach hause kommen feststellen dass ich eine wartung durchführen möchte oder rückspülen möchte und dann auf die sonne warten muss ich will einen knopf betätigen können und direkt rückspülen können wie schließen wir die also konkret auf unserem wechselrichter an wir haben an der unterseite von der datenkarte eben diesen orangen stecker und das finden wir die 0 0 1 2 und 3 von diesen plugs waren wir mit einer cat 5 geschirmten kabel mit vertreten adernpaaren also cat 5 stp oder höher mit einer lize fahren wir von dem zugeordneten pin zuordnung schauen wir uns in einem weiteren schritt noch an und retour dann auf gnd ground die erdung um den kreis zu schließen wir empfehlen hier die verwendung von io 1 bis 3 für die last management in systemen wo auch notstrom optionen vorgesehen sind io 0 wird hier reserviert für die notstrom schaltung haben wir die hardware bereits angeschlossen können wir uns das software widmen hierzu verbinden wir uns auf den wechselrichter über den access point loggen uns ein und öffnen die gerätekonfiguration bei der gerätekonfiguration angekommen finden wir dann die möglichkeit funktionen und ios zu öffnen wo wir dann last management als reiter öffnen auf dieser seite können wir dann den schieberegler aktivieren ganz wichtig dass der aktiviert ist sonst werden die speicher die die werte nicht übernommen und wir können dann die pins einzeln aktivieren wir klicken auf diese lasten wählen uns ein pin aus und bei jedem pin ist daneben angeschrieben default sie können natürlich eine freie pin wahl suchen aber es empfiehlt sich sehr stark sich an die default werte zu halten der grund dafür all unsere kompatiblen partner halten sich auch an diese pin belegung und auch unser tech support verwendet die annahme dass diese defaults gewählt wurden sollten sie also eine problembehebung durchführen wollen berufen sich alle hier auf diese default werte wenn sie diese werte ausgesucht haben vergewissen sie sich bitte noch einmal dass dieser blaue schiebeschalter oben aktiv ist drücken sie auf speichern und steigen aus diesem menü aus einen schritt zurück und dann unter energie management auf die last management einzugehen bei der last management sehen wir dann die möglichkeit prioritäten uns auszusuchen und die regeln wir werden uns zuerst die regeln ansehen öffnen man die lasten in den unter den regeln so kann man zuerst eine bezeichnung vergeben um zu wissen welche regel für welche last zuständig ist und unter dem daneben liegenden drop down menü können wir uns aussuchen die produzierte leistung und den leistungsüberschuss bei der produzierten leistung handelt es sich um die leistung die tatsächlich um wechselrichter erzeugt wird dabei wird nicht berücksichtigt wie viel tatsächlich im system verwendet wird es ist also nicht die einspeisung sondern die produzierte leistung des wechselrichters beim leistungsüberschuss hingegen wird der wert vom smart meter übernommen und wir können anhand von überschuss unter berücksichtigung der tatsächlich verwendeten menge an strom schalten wir werden uns im ersten beispiel die produzierte leistung näher ansehen hierfür nehmen wir das beispiel einer bewässerungspumpe und schalten die schwellwerte bei den schwellwerten haben wir die möglichkeit von ein und aus sobald wir bei dem schwellwert für das einschalten über dem angegebenen schwellwert sind wird sich die last einschalten diese blaue kurve ergibt dann die produzierte leistung und wir sehen als l1 die last die sich beim erreichen des schwellwerts für das einschalten einschaltet und beim absenken des schwellwerts wieder ausschaltet zudem haben wir die möglichkeit laufzeiten einzustellen bei den laufzeiten haben wir eine mindest laufzeit hier einschaltvorgang und das ist hier bei einer pumpe besonders wichtig eine pumpe ist ein mechanischer bewegungsteil mit einem motor der soll nicht regelmäßig ein und ausschalten sondern sollte eine längere zeit laufen wenn er schon angelaufen ist deswegen haben wir hier den wert von zum beispiel fünf minuten vergeben bei der maximalen laufzeit je tag kann es sein dass eine last nur eine bestimmte zeit sinn macht und ich dann den strom entweder wieder einspeisen möchte oder einer anderen last zur verfügung stellen möchte beim soll bei der soll laufzeit habe ich zwei werte die ich vergeben kann eine dauer und eine zeit bis der diese dauer insgesamt erreicht werden soll diese dauer ergibt sich aus der summe über den ganzen tag wenn die pumpe also bereits einmal gelaufen ist dann wird die pumpe nur einmal wieder für eine fünf minuten dauer wir haben eben diese mindest laufzeit je einschaltvorgang eingegeben dann würde die pumpe um fünf vor sechs am abend noch einmal einschalten für diese einschaltvorgang wird auch vom netz bezogen wenn keine pv leistung da ist das ist also eine absicherung für ein system falls an dem tag zu wenig leistung vom dach kommt dass die last trotzdem eine zeit anlaufen kann dadurch ergibt sich eine verkürzte zeit hier bei der zweiten last schauen wir uns die den leistungsüberschuss etwas näher an den leistungsüberschuss habe ich hier ein beispiel von einem heizstab hergenommen und wir sehen sehen dass wir bei den schwellwerten uns auch aussuchen können ob wir den bezug oder die einspeisung als richtwert nehmen sollen wenn wir den einschaltvorgang über einen bezug schalten da muss der bezug unter diesem schwellwert liegen bei der einspeisung muss es über diese einspeise schwellwert liegen im ausschalten natürlich genau analog umgekehrt hier haben wir also eine einspeisung von 2,8 kw als schwellwert fürs einschalten von der last diese kurve ist also eine kombinierte überschuss und bezugskurve wir sehen dass es zwei schaltvorgänge gibt die jeweils ein und ausgeschaltet werden wir haben natürlich auch die zweite last wir könnten also noch schauen wie wie es mit der ersten last in kombination aussieht die lasten werden natürlich addiert sonst würden wir zwei lasten parallel schalten und könnten nicht unterscheiden ob wir jetzt gerade vom netz beziehen oder nicht auch hier haben wir laufzeiten definiert nachdem es ein heizstab ist brauche ich keine mindestlaufzeit ein heizstab eignet sich hervorragend zum schnellen ein und ausschalten zum austarieren von überschuss eine maximale laufzeit die tag ist in den meisten fällen auch nicht unbedingt notwendig außer ich will unbedingt wieder diese strom diesen strom anderen lasten zur verfügung stellen ganz wichtig ist allerdings bei einem heizstab dass ich eine thermische absicherung dahinter habe damit sie nicht überlastet wir schalten nur ein wir wollen natürlich dass wir keine zu hohen temperaturen an unserem boiler erreichen eine soll laufzeit kann mit einem heizstab und sehr groß bedeutung sein da wir dann uns vergewissern können dass wir tatsächlich warmwasser haben wenn wir am abend heinkommen auch bei schlecht wetter wenn die pv anlage keinen strom zur verfügung gestellt hat somit schaltet sich dann die last kurz vor 18 uhr wieder ein wenn untertags zu wenig strom da war die prioritäten befinden sich oberhalb von den regeln sie gestaltet sich als drag and drop menü die batterie und der ompilot bedienen sich auch bei geringerer produktion es kann also gerade im eigenheim bereich sinnvoll sein dass wir das last management vorreihen beim last management schaltet natürlich die last erst dann ein wenn die schwellwerte auch erreicht werden das heißt die batterie wird bei unserem fall bis etwa 1800 watt noch beziehen und erst ab dem ersten schwellwert greift das last management innerhalb vom last management sind die schwellwerte fürs einschalten ausschlaggebend in aufsteigender reihenfolge die geringste also der geringste einschalt schwellwert wird als erstes eingeschaltet sollten zwei lasten den gleichen wert haben dann schalten sie in der reihenfolge in der sie hier in der liste erscheinen haben wir unsere regeln erstellt haben wir die prioritäten festgelegt so müssen wir unbedingt auf speichern drücken bevor wir dann aussteigen aus dem menü wie sieht es also aus wenn wir drei lasten parallel schalten würden zur veranschaulichung zuerst würde die last mit den geringsten schwellwert einschalten die zweite last würde dann dazu addiert werden und die dritte last natürlich erst dann wenn wir tatsächlich ausreichend überschuss zur verfügung hätten ein paar weitere anwendungsbeispiele können diese steuerung von den digitalen eos natürlich auch verwenden um unter bestimmten grenzen zu bleiben in kombination also mit unserer einspeisebegrenzung wir können auch dafür sorgen dass wir nicht zu viel beziehen wir haben ja diesen bezug als schaltschwellwert und wir können natürlich auch mehrere lasten parallel ähnlich schalten sehen wir uns diese beispiele etwas näher an bei der einspeisebegrenzung wollen wir kurz unterhalb von unserer einspeisebegrenzung eine last dazu schalten regeln nicht einfach der wechselrichter ab wenn wir in richtung dieses schwellwert kommen sondern kann zusätzlich weiter produzieren wir speisen nach wie vor was ein verwenden aber auch mehr wir müssen also weniger energie einfach verwerfen wir müssen auch wenig auf weniger verzichten und hierfür stellen wir die einspeisung auf knapp unter unserem einspeisebegrenzung von 4 kw haben also eine einspeisung von 3,8 kw als einschaltschwellwert zum ausschalten haben wir hier wieder 1,3 kw es ist etwas mehr als die so also die differenz von der last unter unserem einschaltschwellwert was passiert also bei der einspeisung die einspeisung sieht dann sowie diese dunkelgraue kurve aus dass wir knapp unter der einspeisebegrenze unsere last einschalten unsere einspeisung reduzieren und dann wieder aufbauen können wir konsumieren also parallel zur erhöhten einspeisung um last spitzen zu reduzieren können wir einen last abwurf machen hier unser bei unser viertes beispiel hierfür gehen wir auf den bezug ein wir können also bei einem bezug von mehr einfach weniger als 2 kw unsere last einschalten und bei einem bezug von mehr als 6 kw unsere last ausschalten dadurch können wir zum beispiel einen hausanschluss schonen in diesem beispiel wäre es vielleicht ein ladegerät oder eine ladestation dafür wäre eine mindestlaufzeit auch gut das bitte auch mit bedenken welche lasten sie hier fragen möchten ob eine mindestlaufzeit notwendig sein wird im weiteren beispiel sehen wir uns die heizstäbe an wir haben bereits den fall von einem heizstab angesehen der über ein io und einem relais geschaltet wird natürlich kommt es vor dass wir in manchen haushalten mehrere boiler hätten zum beispiel einen untertisch speicher und einen haupt boiler oder mehrere untertisch speicher die können wir natürlich über einzelne ios und einzelnen relais separat schalten zudem können wir auch dreiphasige heizstäbe schalten und zwar die einzelnen phasen dieser heizstäbe mit einzelnen ios über einzelne relais schalten natürlich wollen wir auch wissen wie viel strom wir uns dadurch vom netz erspart haben wir wissen nur dass wir viel produziert haben aber wir wissen nicht wie viel wir jetzt über unser last management verbraucht haben und wie viel wir an den anderen verbrauchern verbraucht haben hierfür gibt es die einfache möglichkeit von multi smart metering wir können in der zuleitung von den einzelnen lasten zusätzliche smart meter einbauen und diese dann mit der richtigen bezeichnung versehen und dann sehen wir sie auch in unserem solo web in der visualisierung am dashboard welche vorteile haben wir also beim einsatz von ios zum maximieren vom eigenverbrauch zum einen können wir den eigenverbrauch wesentlich erhöhen dadurch dass wir eine automatische schaltung haben diese automatische last schaltung ist auch tatsächlich verbrauchsabhängig und produktionsabhängig wir haben eine erhöhte sicherheit beim schalten von lasten da wir diese mindesteinschaltdauer jeden tag haben wir müssen also nicht uns darauf verlassen dass die sonne scheint nur damit unsere geräte laufen zudem haben wir einen sehr geringen aufwand bei der installation eines solchen systems benötigt werden dafür nur data manager 2.0 oder höher also ein snap inverter wechselrichter oder die gen 24 plus zudem eine last die zeitlich flexibel ist die also irgendwann untertags laufen kann wenn die produktion gerade passt und dann auf vorrat speichern kann zusätzliche materialien brauchen nur ein datenkabel dass wir ohnehin für unser smart meter im system haben und ein relais pro io so frage ich jetzt meinen kollegen ob es fragen gegeben hat auf die wir eingehen können vielen dank für dieses interessante webinar wir haben natürlich während dem webinar einige fragen von ihnen bekommen auf die wir jetzt noch eingehen wollen grundsätzlich erste frage auf die ich eingehen will können noch einphasige lasten mit dem last management geschalten werden hier ist die antwort ganz klar ja einphasige lasten können natürlich genauso geschalten werden das ist überhaupt kein problem ob es jetzt hier eine dreiphasige wärmepumpe oder einen einphasigen verbraucher wie eine steckdose eine pool pumpe oder was auch immer anstecken ist überhaupt kein thema können sie natürlich jederzeit realisieren ja die last management eingänge können sie natürlich auch parallel verwenden weil hier die frage ist ob mehrere last management eingänge verwendet werden können das ist natürlich auch überhaupt kein problem sie können hier mehrere lasten schalten wie auch im webinar erwähnt können sie bis zu vier digitale ausgänge schalten und damit natürlich auch vier diverse verbraucher zuschalten ja wenn sie hier weitere fragen haben stellen sie uns die gerne im chat wir werden jetzt auch noch online für sie dran bleiben fragen sie uns diese fragen gerne und wir beantworten die ihnen dann per chat für die letzten worte gebe ich noch einmal zurück an dich danke und auch ihnen danke fürs zuhören fragen sie noch wenn sie fragen haben und sonst bis zum nächsten mal auf wiedersehen 그러ht mich noch ein bisschen hier 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 Untertitelung des ZDF, 2020